Was ist WPC-Deal? Viele behaupten, WPC-Dealen sind sehr kostenintensiv. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn man alle Kosten dabei betrachtet, auch die Folgekosten, die zum Beispiel eine Holzdiele hat, dann relativiert sich das sehr, sehr schnell. Ich habe bei WPC kaum Pflegebedarf, das heißt, ich kann es ganz einfach mit normalen Seibenlauge reinigen. Ich muss kein Öl haben, ich brauche keine Farbe und ich habe natürlich auch nicht den enormen Aufwand in der Arbeitszeit. Also, das ist eine Überlegung wert. Also, das ist eine Überlegung wert.